Ja, mein OBS buggt auch grad. Iiii, still. Ähm. Weiß nicht, warum meine Maus DPE sich plötzlich umgestellt hat. Das irgendwie. Wow. Wow. That's better. Ist das fast. Ist das komisch, ich habe seit 2 Monaten kein League mehr gespielt. Na gut, dann so. Trinket noch? Ne, Trinket muss man nicht kaufen, ne? Das klappt man automatisch. Ja, inzwischen schon. Das Spiel wird einfach immer leichter. Die ganzen aktiven Items lohnen wir auch raus. Das ist wirklich brech. Ganz ganz schluss. Muss man sich für Challenger gar nicht mehr anstreben mittlerweile. Richtig, richtig. Widerlich. Hatte man überhaupt Bluebeck mit Hennel Kickerinnen bestimmt? Ja. CC Leash vom Supporter und Guardian Proc. Sick, ne? Ein feuchter Solo-Q-Traum hier. Need Gangs. Gib Gangs, please. F*** you. Ja, ich brauch übel Hilfe bitte. Scheiße, deswegen bludern. Hast du doch. Weißt du, mit was ich nicht angefangen habe? Mit W. Nice. Aber du hast es gemerkt. Du hast es ja gemerkt und es ist auch schon viel wert. Ja. Und bewusst nicht umgesetzt. Und wie sein. Kann auch nicht drauf machen. Und das ist nicht halt komplett bekannt. Alter, jetzt gesehen. Und du bist der, du bist nicht der. Du bist nicht der. Sightstep-Legende. Ja. Also ich hätte auch irgendwas irgendwie unkonzentriert sein sollte. Ich habe im Dächling noch keine Ahnung zugedrückt sein. Ich habe im Dächling noch keine Ahnung zugedrückt sein. Vergesst das. Wird wieder spannend. Oh. 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 Geht schon los. Nevermind. My Red Buff is gone. Red Buff ist gut. Tryhards. Ja. Tryhards. Ist nicht gepullt. Ist gut. Ist gut. Du musst dich nicht fordern. Alles gut. Okay. Kann mir den nehmen? Das wollen wir doch reinkommen. Das wird mich sehr glücklich machen. Sehr schön. Mhm. 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 Ein geht. Pock. Nur ein Minion gemisst. Der Junge ist back, oder? Hier oben. Könnte... Ne, das ist ne. Acht Sekunden haben wir hier vor. Okay. Dann warte ich nach oben. Oh ja, ich komm. Ähm, alvern ist im Try, aber kannst du ganz entspannt auszetten. Sehr nice. Was? Ähm, ich will ja nichts sagen, aber... Vorsicht. Ja, das ist ein Problem. Das ist wirklich ein Problem. Ich hab ja gar kein Damage auf Level 3. Was ist das denn? Ich dachte, ich bin Heker. Ja, ich auch nicht. Na gut, immer noch mal. Gleichzeitig. Aber ich hab die Pi gekommen. Wir machen einfach nochmal hier. Oh nein. Aber erst gestanden. Ich hab vergessen, sich zu heilen. I'm sorry. Alles gut. Okay, warte. Ich komm nach der Kröte. Nach der Kranung. Gut erzählt, oder? Sechs Sekunden bis E. Ich bin Todesüberfordert, aber... Alter, lass noch mal sterben. Let's go. Oh, das ist gut. Das ist ab drin. Ist ein nicer Bett, man. Alter. Gut. Ein Glück. Ja, das war doch einfach. Ja, das war sehr einfach. Wir haben auch kaum Ressourcen dafür verbraucht. So, jetzt gehst du da ran und, und, und... Gehst du da nicht ran. Ne. Ich will dich nicht pressuren. Geh doch rein. Ich hab meins dann gefehlt. Hier ist ein Aiberndingensbaum. Ah, ich hab grad nichts. Ja, alles gut. Ein Aiberndingensbaum. Irgendwas stimmt echt mit meiner Maus. Du musst einfach mal random Worte zusammen, die dazu passen. In 19 Jahren klingt das blöd, aber einmal machst du ihn richtig... Mango. So. Nicht quatschen, bot den Ganken. Okay, sorry. Hier ist ein schöner Dingens Kerlmensch. Also jetzt fast. Genau so. Perfekt. Ey Gott. Ja. 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 Du bist Heckerim. Ja, ja. In unsere Base. Ich dachte gleich wäre es wichtig. Hm? Ich dachte mit Heckerim ist alles free winnen. Ja, dachte ich auch. Ja, warte mal ab. Kommt noch. Okay. Wie lange bin ich geslowt? Okay. Die Mitte ist auch... Die Mitte ist auch... Ah, der Moment ist wieder da. Es gab keinen Maschinen. Äh, bot den fehlt eventuell, ne? Tim. Ich sag nochmal so. Ja, aber den hab ich. Jawoll Team. Klasse. Der muss ich tauschen. Nice. Läuft doch wie am Schnürchen hier. Hm? Seit wann kann das Oluke? Hm, ne. Wir waren einfach nicht alleine, ne? Der Nunu. Seit wann wäre das? Oh, der Nunu macht mich ultimativ hart. Ja, mich auch. Ich komm auch. Kein Flash. Sehr gut. Bin ich geil? Moment mal. War ich noch ein Trick hier? Ah, perfekt. Hilfe! Malunski. Ja, 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 ja. Ich komme, ich komme. Ich brauche nur ewig. Ewig zu testen, ist so langweilig. Oh, sie waren einfach besser. Nein. Nein. Ich hab vier Sekunden auf E, aber ich glaub... Einfach an. Du kannst den nochmal anrammeln, wenn du willst. Na gut. Der hat doch kein Wort im Try. Ich laufe nochmal hier rum. Was ist das? So, ich komme jetzt hier und dann rambelst du dagegen. Oh, oh. Okay. Das sieht nur Spaß aus, was wir hier machen. Okay. Ähm, sicher? Bin ich eigentlich leise bei euch? Nein, absolut nicht. Ich hab dich da lauter gestellt und hab dir direkt bereut. Oh. I'm sorry. Nein, nein, nein. Oh ja, jetzt gehen wir noch rein. Ich war einfach zu laut. Jetzt gehen wir noch mal rein. Komm. Wollen wir noch mal rabbeln, Mango? Genau. Ich hab keine E, 15 Sekunden. Ist egal. Malumski ist schon drin. Gut. Äh, ich hab Krabbe gemacht, damit ich schneller wieder da bin. Oh shit. Auf, 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 auf Kaiser. Nicht, auf Kaiser. Ich bin tot. Ja, wir haben noch Krabbe gemacht, ne? Gönnen sie dir, gönnen sie dir, gönn dir den Vogel. Boah. Hm? So nämlich. Ja. 600 Gold. Und so bringen wir unseren Genre nach vorne. Good job. Da schmeckt er schon doch wert. Was macht jetzt den Nuno hier? Der soll gehen. Das ist ja so fast, sag mal. Ach stimmt. Der hat Mobi Boots gebaut. Ähm. Der macht jetzt sein Blue einfach. Was ist denn mit dem los? Äh. Schwierig. Was ist denn das denn für Tryhards? Ist ja ganz böse. Ja man, die kackt Tryhards. Echt so. Liegt so immer zum Verlieren spielen. Ich dachte, man spielt League zum Spaß, oder? Lol. Na. Gut, dass wir uns ja alle einig sind, dass das nicht so ist. Und das von einem ADC, man? Nee. Pain. Oh, da sehen wir uns. Oh, ja. Da sehen wir uns. Die ist keine Ult. Hat aber Fesh. Alter. Aber auch anscheinend keinen Bock. Ja, aber da sehen wir uns. Oh mein Gott, hast du den gerade genommen, Bless, und erlebt. Ich komm. Unterwegs. Wo ist der hin? Wo? Ähm. Wieso ich? Wieso ich? Wieso ich? Wieso ich? Das sieht nicht gesund aus. Wieso geh ich immer drauf für diese Aktion? Die Sau. Wie ist der weggekommen? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Haben wir den unten weg mit Ghost, glaube ich. Oh, das Ghost. Ja, dann kommt das vielleicht hin. Okay. Jawoll, du mal Tim. Ich bin's Champ. Ah. Das war natürlich geplant, dass ich mich opfere für euch. Tim habe ich übrigens eingeladen, damit wir irgendwie Broekies Elo-Anker tragen können. Hm. Ich bin Dia 4. Ich bin gerade Dia 4. Ich bin, ich bin so schlecht in diesem Game. Aber das ist mir nicht ernst. Hey, Dia 4 ist doch gut. Äh, Lixalia. Äh, 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 Dankeschön für deinen Host. Das ist sehr süß, äh, äh, und lieb von dir. Ich hoffe, du hast einen wundervollen Stream. Und, äh, hast einen schönen Abend weiterhin. Du musst mit dem Ult warten, bis sein Ult weg ist. Ansonsten... Ich hab mir heute Bier gekauft und ich überlege, das jetzt zu verinnerlichen. Dazu muss ich sagen, wenn du mit dem Bierchen drin, ist wahrscheinlich die schlechteste Idee ever, oder? Ex-Jahr Börsenfelsapp. Das war trotzdem gut. Ja, ich hab meinen Auto-Tag auf den falschen. Ja, aber es ist nicht schlimm wegen der Passive. Also du kannst ja die Auto-Tags so... Mein Maus-Speed ist so... ...out. Ich freu mich schon jetzt auf Valorant. Ich freu mich schon jetzt auf Valorant. Ich weiß ja nicht, was meine DPA vor war. Ich glaub 700, aber bei 800 ist meine Maus einfach beweglich gerade. Ich verstehe. Alter, was macht der Baum jetzt hier? Ich hab 2000 Gold auf Tasche, ich muss nicht unbedingt irgendwas machen hier. Ach, Mango, du willst einfach nie rammeln. Das stimmt... ...so nicht. Gut, war erklärt. Ich brauch nur die richtigen Umstände. Okay. Dann mach ich das nächste Mal Kerzenlicht an, wenn wir albern sind. Gut, perfekt. Oh, du bist ja hier? Ja, ja. Ich hab dann noch ein bisschen so... ...drum in base oder dazu an, weißt du. Hm. Weil mit Hekere bat mir auf die Tür noch mal auf den Rhythmus, weißt du. War ich gemütet die ganze Zeit? Äh... Ne, aber du bist ja Top-Manager. Mazat, den haben wir. Ah, jetzt... Ja, okay, jetzt verstehe ich's. Ne, aber wirklich viel. Ich häng das Gefühl auf, ich hab auch schon 10 Sachen gesagt und es war still. Perfekt. Ich hab alles ab. Also, falls der jetzt zurückkommt, mach ich das. Sauber, Mazat. Ja, jetzt. Was? Ich hör... Warte, das war okay. Tim mit einem entspannten 12-0 in 11 Minuten. Das ist auch ganz nett. Alter. Ich mach ruhig. Ich bin so schlecht geworden in Liga. Ich hab extra 3 Bier vorher getrunken, damit ich nicht ganz so... Der ist der self-nerve, der taktische. Ja. Hast du Top-Manager? Doch, ich kann kommen. Willst du? Oh nein. Ich bin... Schauen, ob der mich gleich interrupten will. Ja. Ja, okay. Aber ich hab 69 Fahrt. Ja, sag mal. Was? Na, hör mal. Der war aber fix unterwegs. Ach. Ähm. Ähm. War hier so ein bisschen? Ja, ich hab keinen Mana und kaum Leben. Ich kann den tanken. Ich bin da. Wo ist er? Oh Mann, Alter, wie schlecht von mir. Bitte, Malunski, hast du gerade geflamed? Nein. Aber du hast schon gesagt, dass ich nicht gerne unten bin. Ja, aber verständlich. Guck mich an. Ich hab mir sehr viel Mühe gegeben. Ich dachte jetzt aber, dass es taktisch sinnvoll wäre, auch mal mit so ein Play zu machen. Aber ich bin jetzt aus dem Haufen wieder unten. Ja, weil das halt... Ich... Du bist halt unten fein, so. Ich brauch ja ein bisschen Hilfe. Genau. Ich hab das Gefühl... Ich hab das Gefühl... Ich bin nicht fein. Ich bin grad... Ich hab das Gefühl, das Game ist wie so eine Sushi-Bank. Das passt bestimmt. So, wir sitzen alle dran und warten vor unsere Sushi, aber Tim sitzt ganz vorne und ist nächstlich das ganze geile Zeug immer gleich raus. Ja. Ja. Ich bin das vergammelte Stück hinten, ja? Oh, den hätte ich gern gesmited, den Vogel, bin ich ehrlich. Vogel wegen Sire, ne? Hä? So. Cool. Er war ein solider Roam, würde ich sagen. Baummann. Was für ein Powerplay vom Rakan. Ja, das war alles der Rakan gerade. Echt so? Hilfe. 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 Drache. Ich könnte das auch geschmeckt. Drache? Ja. Ja. Machen wir es. Zusammen. Aktiv. Es kann in der Sekunde ein Wort von denen kaputt gehen, denn die müssen wir es machen. Ja, da kommt doch schon ein Gegenangriff. Habe ich gesmited. Gar kein Stress. Der smiten kann, ne? Ist auf jeden Fall ein Vorteil. Ich habe noch Jamtank, go fast. Da ist noch ein Vogel. Der rechnet nicht mit dem Move hier. Oder doch? Folgende Problematik. Wir haben keine Problematik. Let's fucking go. Ja, wir bleiben die. Attacke. Ja, oder? Ja. Ich muss euch leider die Akku abgeben. Oh Gott! Und ihr mir anscheinend auch. Okay, cool. Ah, schwierig. Du, das war unglücklich gelaufen da in dem Moment. Oh mein Gott! Das sagt Sola auch immer. Wie ehrlich? Holy Shit! Hast du schon Coaching bekommen für Beschwerden? Nee, ich habe noch nichts für Coaching bekommen. Okay. AD Carry live ganz normal. Warum stehst du 16-0? Cool. Ja, das ist lustig. Voll dumm. Hä? Ja. Hier werden Leute geflamed, wenn sie gut verformen und so. Das tun sie nicht. Scheiß Tryhard. Ja, Mann. Die Mexikaner klaren unsere Kids. Röke, was hast du gesagt? Ja, aber ich bin Botler mit Tom, also das bin ich gehört. Ich habe verlacht, weil Maser so lustig ist. Röke hat nichts gesagt. Und? Ich mache nichts. Boah, die sind hier? Ja. Ja, wieso nicht? Das ist lame. Langweilig ist. Ich weiß nicht, was mich sein gegangen ist. Irgendwann läuft hier jemand rein. Ich farm einfach, während ihr da unten einfach Indiana Jones zurück macht. Irgendwer muss den Kinder mehr halten. Will nicht mehr. Oh. Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, 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 ho. Ich will nicht mehr. Gut. Nee. Okay, ich verstehe. Aber drunter in der Lane hätte ich auch keinen Bock. War das jetzt der Nuno mit der Blaspel? Zum Glück hat der Nuno nicht ich, da habe ich die gleiche Idee. Ja, das hätte ich auch gefallen. Einfach raus geblaspt. Ich hatte fast wieder Ult. Ähm, Toplan erfolgreich gehalten. Ich glaube, Toplan zieht durch. Das schmeckt jetzt nicht so gut. Gib ihm, Malunsky, sehr schön. Alter. Der aggressive Gale-Force hier. Ich brauche auch mal was hier. Guck mich doch an. Das geht nicht. Der passt so viel Assist wie bei zuvor. Der hat ganz normale Bot-Line leben. Gut, gut. Ich habe ja nichts mehr, um den zu kriegen. Ach, mit der Einstellung nicht. Was haben wir bei den Cooldowns haben mit meiner Einstellung zu tun. Ist das so und ich identifiziere mich als Cooldown frei und dann habe ich wieder alles. Ja, ja. Du bist einfach im Earth-Modus, muss ich sagen. Ah, du alter. Ich identifiziere mich jetzt als Earth-Spieler. Alles klar. Mann. Hier, Brücki, komm. Hä? Ah, ich war natürlich nicht auf K. Wo bin ich? Oh ja. Ich komme. Wo bin ich? Ein Baum. Kill him. Alter, das mal auch kein Cousin. Hau den kaputt. Nice. Schönes Ding. Äh. Oh. Okay, Kommander Rufus. Oh ja, gut. Das gewinnen wir, glaube ich, einfach nicht mehr. Stimmt. Aber ein Ding ist ja hinter uns. Ich überlebe das, alles gut. Ich zünde den Nunu noch an. Ich komme auch noch. Okay. Warum um alles in der Welt guckt sich das hier jemand freiwillig an? Ja. Oh nein. 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 Äh, Beast Syndrome. King of Ks und Gaxel. Dank für Subs slash resubs. Gott liebt euch, fasst euch doch heute einfach mal richtig, Edel an. Maser, ich bin auf dem Weg, alles gut. D313, ich bin gefeated. Pass auf, pass auf. Wir gehen jetzt, wir engage. Alter, das ist die aggressivste Ulti, die ich jemals gesehen habe. Und sie funktioniert nicht. Ruki, ich komme. Halte irgendwo hier hin. Wir treffen uns in der Mitte. Okay, ich bin fein, ich bin fein. Wir haben das, wir treffen uns da. Du bist wirklich fein. Wir treffen uns da. Ich komme auch, ich komme auch. Jo, aber cooler Champ, den du hast, ich liebe League of Visions. So. Ja. Habe ich die gerade aus der Neue rausgeschmissen? Hm. Ja. Ja. Du, ich komme da mit einem Schneeball. Ich habe hier noch einen Baum, ne? Ich bin gleich da. Ich fliege da rüber. Ja. Sehr schön. Deragateam. 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 Einfach krach. Wie wir die mir abspielen, ist einfach. Da werde ich. Wahnsinnsmark war einfacher. Ja. Ich habe mit 2,5 auch 150 Gold. Guck mal, ich bin was wert. Ja. Doch kein Minion. Das wäre auch nicht so eine coole Therapiemaßnahme im echten Leben für Depressionen. Guck mal, du hast doch schon... Ei, du, ja, ei, oh, ei. Ah, Tuck, warte mal, warte mal, warte mal, was? Naja, gut. Oh no, I took that very, in a very dark way. Oh, der Ei war nie... Hier oben ist jemand in so einem Inhab dran. Aber nur wenn jemand möchte. Ich möchte jetzt niemanden forcen. Aus seiner Comfortzone raus, ne? Ich würde so eine Aufgabe auch lieber gern Tim übergeben. Ja, der hittet mich hier, der tut mir weh. Hier. Ah! Ah! Nein, beschützt mich! Hast du die gefälschten, oder das ist der Grund? Das ist wirklich gut. Da drunter mehr ist halt wirklich ein Flur. Boah. Bereiten Baron vor? Ja, interrumpen wir, ne? Ja. Hat gewordet. Nein. Geh ruhig full AP. Brückgeber mit Nash? Ey, klar. Klar. Also, wenn du ihn fragen möchtest, dann den Supporter. Hast du den Alvern eigentlich gekickt, dass der einfach APK gemacht hat, den wir das letzte Mal getötet hat? Ja. Ich hab den gerade nochmal getötet. Korki ist APK. Ja, weil der Alvern ist auf einem Level mit Korki fast der APK ist. Ja, den hab ich schon mal. Einfach weitermachen. Ah. Ja, ja. Einfach weitermachen. Tim hat das. Oh. Nee, doch. Oh, jetzt wollte ich grad helfen. Ah, ist nicht schlimm. Mach einfach weiter. Oh nein. Oh nein, bitte nicht. Oh nein. Acht Sekunden bis E. Boah, was? Wie lang war das Ding denn? Ähm. Ja, die Tire ist ja... Diamantos oder so. Zoning ult! Ja. Wir waren echt gut. Klasse. Hier ist Honig. Alles klar. Okay. Ach so. Oh. Coole Aktion, Vago. Richtiger Gönner. Ich hab nur dein Leben gesehen. Da war ich so, du brauchst es ja nicht. Denke mal, Luda findet sie richtig gut gerade. Ich genieße mein Leben. Unsere Base ist übrigens fast down. Ach du Scheiße. Wie könnte das passieren? Den holen wir uns, oder? Klar. Ja. Ne. Ja. Ne. Der ist zum Blue-Buff. Der ist Greedy. Okay. Ja. Ja. Oh, schön das dann. Oh, wie hat er die Ult noch rausgekriegt? What the fuck? Nein. Vielleicht kommt ihm entgegen. Ja. Nice. Wollen wir noch mehr? Ich hab noch mehr, komm. Den wollte ich haben. Leute, ihr fightet ohne euren AD Carry. Ihr wisst doch, dass ich der Schaden im Team bin. Ja. Hm. Moment. Ich bin gleich da. Oh, boah. Was? Was? Ich hab mir E gedrückt und ich bin explodiert. 1.100 Damage, okay. Was? Ja, ja. Ich hab sie geflasht hockt und wollte sie E in. Dann hat sie genau in dem Moment E gedrückt. Und ich hab einfach 1.100 Damage bekommen. One shot. Alter. Das hat geschmeckt. Wir können natürlich jetzt die Base tapen oder wir machen aber die Base. Hm. Du darfst entscheiden. Aua. Ich würd sagen, nach dem In-Hit verpissen wir uns einfach. Na, ich würd sagen, wir machen jetzt weiter. Ich würd auch. Na gut. Oh. Oh. Oder auch nicht. Oh boy. Da kommt drauf an, wenn ich hier die Resets kriege. Ich glaube, ihr habt ein kleines... Ihr müsst nur für Resets spielen, Leute. Für die Resets. Ach du Scheiße. Keine Resets. Ne, doch keine Resets. Ist das noch old? Vielleicht kommst du auf ihn rauf. Ne, okay. Ne, du überhaupt nicht. Hm. Aber... Gleskowicz und ich werden jetzt hier... Den Ivan... Assassinnaden. Oh. Wer meint. Oh, 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 oh. Ähm. Oh, ich bin raus. Ich bin, ich hab geintet. Sind wir? Scheiße. Ey, das ist so... Das ist so, wenn... Wenn man länger nicht gespielt hat, wenn du mit Pyke Ult drückst, und dann vergisst, nochmal ein Move-Commerce zu machen. Der einfach hinläuft und dann ins Nichts ultet. Ja. Obwohl du schon gar nicht mehr ulten willst. Fühlt sich nicht gut an. Ich möchte übrigens meine Auswahl evidieren. Wir können tatsächlich noch verlieren. Ja, der Drunner-Märk könnte jetzt jetzt backboren. Ja. Ja. Bitte höre es wahrscheinlich auch. Also es war schön bis hierhin. Ich würde jetzt tatsächlich gerne... Ach, Quatsch. Ich hol uns einfach kurz einen Drachen und dann ist alles wieder gut. Du willst finishen, Maluna? Ja. Ne, doch keinen Drachen. Ich backbore. Aber ich muss laufen. Warum denkt ihr, dass wir verlieren können? Es gab überhaupt keine Möglichkeit, dass wir verlieren. Ja. Wir verlieren uns gleich Null quasi. Oh, ich komm, ich komm. Ich hab noch Ult. Das musst du machen. Ja, ja. Ja. Mach du was. Das war ja legit gut. Ja. Klasse. So, jetzt ein Fast Engage in der Mitte. Das wär's doch, oder? Das wär's. Komm, rameln, Mango. Oh ja, oh ja, oh ja. Den können wir nehmen. Oder? For free. Warum ist denn der so strong? What the fuck? Du bist ein supporter. Hör auf, strong zu sein. Ich hab mich ja fast nur mitgenommen. Oh, hier. Oh, hier. Oh ja. Tim ist drin. Oh, ei, au, ei. Ah, aua. Kann man noch, kann man noch, kann man noch. Wie heißt die? Die macht Damage. Die hat Ulti ab, ne? Ja. Dann gehen wir voraus. Mhm. Ist doch kein Stress. Ja, da auf GA, oder? Ja, ne? Holste, bekommen wir nicht. Wow. What the fuck? Oh, ich kenne mich nicht mehr dabei. Oh, ich kenne mich nicht mehr dabei. Hm. Hey, das ist broken. Nein, du könnt da drunter kein TP sein. Ich bin in 25 Sekunden wieder da. Ja, spiele ich auch so lang. Das hast du bis dahin. Hahaha. Ich tue mal so, als wäre ich eine Gefahr. Ja, leck die mal ab. Hier. Look in my feathers. Okay, krass. Mhm. Alter. Ja, doch, das sieht gut aus. Was du da machst? Hier. Schreib mal mit denen, damit die Tippen müssen. Die müsst ihr hitten. Die müsst ihr hitten. Schreib all shit mit denen. Komm. Oh shit. Oh. Wieso hat der schon wieder eine E ab? Naja, das passt doch auf eine Sekunde cooldown. I hate you, Riot. Hahaha. Oh man. Ja, abgelenkt hab ich's dir, Tim. Viel Glück. Ja. 3 Sekunden. Krieg ich hin. Ja, was ist mit dem Vogel? Ne, du echt nicht. Alter. Vogel? Ich glaube, das ist legit verloren. Ja. Das Gefühl wie auch langsam. Unter Umständen haben wir verloren. Hey. Aber es sah bis zu einem bestimmten Punkt ganz gut aus. Sehr gut sogar. Also fast unlosable. Hangtangler hab ich vergessen. Das bringt gar keinen Spaß. Also. Man muss aber auch sagen, dadurch, dass der Korki AFK, wenn wir VW5 gespielt hatten, hat er die Zahl auf viel mehr Ressourcen bekommen. Ja. Das hat uns jetzt nicht Gold. Wir können auch verlieren. Ne, ne. Auf gar keinen Fall. Ich order Brü. Ich order mal niemanden für das Geld. Ich order mich auch selbst, ja. Ich order mich auch selbst, ja. Wir bleiben wieder da. Oh mein Gott, Leute. Ich hab zweimal das Geld. Oh mein Gott, ich bin Gold 2. Wow. Ich hab zweimal das Geld im Team. Wie kann das sein? Ich dachte, ich war ein Minion. Nein, du hast ein super gutes Minion aber. Ich geh mir eben ein Erfrischungsgetränk nochmal eben aus dem Kühltrank holen. Ich bin vielleicht wieder da. Gute Idee. Ich werde mir auch etwas... Eine Minute. Ja. 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 Ja, ja.